Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider Underworld Folge 20 So gehts nur weiter Schön mit dem Motorrad Wenn ich mal langschweigen weist So, hier rüber Dann da hoch So, hier rüber Also so so Was ist das? Das war einfach nur random, was jetzt los gemacht hat. Ja, hier war ein Teil, dann kann ich jetzt weiterfahren. Alter, ach du Scheiße. Alter, da kommen einfach Pumas an. Alter, ach du Scheiße. Alter, ach du Scheiße. Alter, ach du Scheiße. Oder dich, Scheiße. Der Maya-Kalender hatte nur 360 Tage. Die übrigen fünf wurden Unglückstage genannt. Die Maya glaubten, dass sich jedes Jahr während dieser Unglückstage die Tore der Unterwelt öffnen würden. Schiebalba. LOL. LOL. Schiebalba war da auch in... äh hier, Marluprix. Gibt's einen Zusammenhang, meine Damen und Herren? Ja, was ist denn los? Souls in Nürnberg. Pfeifen. Hallo? Ne, ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwas machen. Make and break. KitKat. Ja. 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 Marc, was ist denn das so? So, meine Damen und Herren, die sind hier live, man weiß es nicht. Ich muss den steinernen Jaguar-Kopf zu dem Kalender bringen, zu dem er gehört. Kann man hier auch noch anders hinfahren. So, kann ich nicht setzen. 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 Ich bin hier in die falsche Richtung gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ach, da hinten ist das andere. Das war's für heute. 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 Oh, yeah. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.